moin oder herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft teams folge 13 oder 14 Folge 13 oder 14 ich weiß es gerade nicht ist da und ja das dach ist haben wir in der letzten folge schon bewundert ist ja fertig und oh mein gott melon joshi ist übrigens auch dabei ich muss ich muss eine ganz bestimmte tat machen ich muss eine ganz bestimmte tat machen ich bin tor ich muss eine ganz bestimmte tat machen fälle den baum halte links klick fest oh mein gott ich habe den baum gefällt nimm mal die axia ich habe nur das ding ist ich habe ich habe zwischendurch gestern mal die version gewechselt deswegen hat mir jetzt irgendwie minecraft gesagt irgendwie ich habe ein paar scharfe kraft umgebracht hey aber bring bitte nicht mein haushuhn mein haushuhn oha hast du nun im haushuhn das tötet nein wachstig genau dann habe ich hier offscreen habe ich das glaube ich gemacht so einen kleinen mit das schneller geht mit der mit der fortbewegung wenn ich jetzt hier runter springen kann ich ja einfach runter springen und hier ist quasi so ein ding ist und hier gleich daneben kann ich so ein bisschen raus wieso sind da creeper da ist doch nicht dieser geräusch dieses geräusch von diesen von diesem dreizack alter das klingt so als würde man geläser in so ein alt container werfen sie ist dumm aber du hast hier verzauberung ohoho was hast du hier gebaut ein kistenlager oder er hat sortiert natürlich besser sortiert als ich sag mal habe ich auto jump noch an automatische springen ach du scheiße alter ich habe mich schon gewundert okay also du hast dein haus anscheinend fertig gebaut das sieht ganz nah ist aus das rezept buch hilft dir stelle holz her elias ich muss holz herstellen der meintriff noch sagt mir ich soll holz herstellen also muss ich holz herstellen können wir gleich mal schlafen gehen vielleicht kann man drei tag nicht werfen aber jetzt oh mein gott ich habe holz hergestellt aber ich muss es herstellen kann sich einfach aus meiner krisse nehmen ich wollte den minecraft gott trübeln aber ich habe ihn nicht trübel weil er hat mich trübeln will es hausholen irgendwie hier oben haben aber ist es das hausholen was ich oben haben oder ist es nicht das hausholen was ich oben habe ich hoffe nicht an er ist es nicht habe ich also quasi zwei hausholen ich habe kein holz was ist hier los schaffe ich den energy oh mein gott ich habe ihn geschafft ich bin krass ich bin krasser gangster ding ins kirchens ich habe eine frage wieso springst du eigentlich immer wenn du mit einem bogen schießen tust damit ich damit ich den besser treffen damit ich höher komme genau vor dir ist ein creeper so du springst mit dem bogen nicht in der letzten folge haben wir hier ist ein kleines billiger baby in der letzten folge haben wir alle villager verloren genau dann würde ich mit der fast alle siehst doch alle sind doch ja ja nix ist passiert das nein wir und alles eingebildet ja ja ist alles ein bildung ein bildung ist auch eine bildung sollte ich machen was ich heute holzer stelle noch das ist wenn ich ein holzbrett abbaue dann ist er das auch ist nicht so jetzt bitte keine recipes geben danke wenn ich jetzt noch irgendeine recipe kriege dann gebe ich euch eine recipe so schlafen wollte ich welche wegen einem holz wegen ein achievement bin ich jetzt hier runtergerannt was ich in dieser folge tun werde nichts doch ich werde die kirche umbauen dieses projekt besteht auch gefühlt einfach 99 prozent bloß ausbauen aber hey wir sind hier in der welt von minecraft da ist das normal ok gehen wir jetzt schlafen ich stört immer diese kann sie ja das ist immer nicht so ja ich habe ich hasse dieses geräusch von einem ding ins kirchens alle das regt mich auf das war daneben das auch kannst du überhaupt treffen nicht ich will ja vorausschießen aber bewegt sich habe ich jetzt getroffen habe ich jetzt getroffen oh mein gott das ist chillig alter ich will auch ich liebe irgendwie solche kleinen geräumigen räume die so ich finde dieses feature irgendwie ist geile von mojan ich habe die idee habt ihr gut gemacht microsoft bin ich stolz auf euch ich mache das so eine meine chill ecke einfach ja ja party raum kommt ok da ich wollte jetzt die dings machen ich muss hinten zu mir in den wald gehen und ja oder eben auch nicht ich nehme einfach die bäume von hier jungen bäume hast du noch saplings also ich habe noch saplings aber ich bin sofort sie zum holen ja das ist für das allgemeinwohl aber du hast ja noch saplings tatsache das ist meine kisten in ruhe brauchen wir nur unserer mauer irgendwie so einen kleinen eingang oder so das wird dann noch kommen ok aber fürs erste so dann werde ich mal hier die 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 dings weiterbauen das ist eine eisende kohle apropos wir brauchen noch ein name tag für klaus ich wollte nur mal sagen ach komm du willst mir doch jetzt nicht wirklich sagen ich habe das falsch gebaut diese kirche einfach gerade ist schief das hast du nicht getan dass sie jetzt schief ist nein nein ich habe sie ja jetzt jetzt tue ich es gerade wieder reparieren aber gerade war sie schief weil die gerüste schief waren weißt du so jetzt habe ich es behoben ähm so jetzt mache ich hier einen hin und hier einen hin jetzt muss ich hier gerüste bauen hast du mal wieder bocken zu spielen ja aber da tun wir wie hoch soll der eingang werden setzt die frage soll der eingang genauso hoch werden von der struktur her wie würde ich schon sagen wie alles andere ich weiß gar nicht was du von mir willst ne ich merke es ich bin ein bisschen überfordert was du von mir gerade willst musst du mal herkommen ob das so geht warte klar da fehlt jetzt noch ein holzburg aber die tun schon wieder hier reden ok bibliothekar reparaturen machst du feine sticks ok 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 mhm ach das ist hier der metzger anscheinend ja ja der metzger boah hier ist ein riesengroßer baum gewachsen oh echt jetzt bin jetzt nicht mehr ich bin bei der kirche gleich jetzt bin ich da was gibt es was gibt es es geht was geht ähm guck dir mal die struktur an ob die so geht ja geht findest du ok ja ich muss mal da hochkommen irgendwie hast du hier ein gerüst so hoch ist es nicht jetzt habe ich keine ok 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 ja passt passt perfekt so 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 cobblestone farm hast du gesagt so so oh mein gott ich dachte gerade wer ist denn da bei uns denn das holster bauen das bist du ich dachte gerade ein brecher so 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 Ich möchte erstmal, dass da richtig Bammus gesammelt wird. Deswegen. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh mein Gott, ich habe glaube ich eine ganz gute Idee. Ich habe gerade überlegt wegen den Fenstern, wie wir die Fenster machen, aber ich glaube ich habe eine ganz gute Idee dafür. Misi? Ja. Wo bist du? Komm mal mit. Wie würdest du es finden, wenn wir diesen Flohmarkt hier abreißen und hier so in der Mitte so einen Steinmarkt mit unseren Flaggen? Wir können ja nicht die Flohmärkte abreißen, die sind doch gerade übisgeil. Na wir haben doch da hinten einen Flohmarkt. Aber... Und hier bleibt ihr immer nur hängen. Nein, ich finde das irgendwie geil. Ich... Ich... Lauf nicht hier so dagegen. Ich finde das aber cool. Das macht das Dorf aus. Also stimmt ab. Schreibt... Schreibt mal unten jetzt in die Kommentare. Pausiert das Video und schreibt in die Kommentare, ob die Flohmärkte bleiben sollen oder nicht. Ne, nur der Flohmärkte wird ja weg. Der andere bleibt ja. Na mal gucken. Schreibt mir in die Kommentare, ob der Flohmärkte weg sollen oder nicht. Ich warte jetzt nie auf die Kommentare noch. Doch. Ich werde es einfach machen. Ne. Doch. Doch. Ich werde es einfach machen. Haben wir noch Sand? Sand. Junge, was ist das für ein Sniper-Profi? Waren? Drei Tag, wo bist du? Wo bist du? Nein. Ich habe mich kurz in den Stich gelassen. Erstmal. Ach, immer jetzt auf deinem Haus ist ein Kripa. Was? Ja. Genau auf dem Dach. Nee, nein, 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 nein. Wenn der mein Dach kaputt macht, ich sag dir. Bann ist da. Bann ist da, Alter. Soll ich ihn da wegknallen? Nein, 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 nein. Ich mach das. Auf meinem Dach, hast du gesagt. Ja. Okay, dann gehe ich auch mein Dach rauf. Alter, wenn dein Dach jetzt weg ist. Da will ich jetzt zugucken, ehrlich gesagt. Ja, dann musst du halt zugucken, ne? Das wird lustig. Da ist er. Das war's jetzt schon wieder. Ich sag's doch, es wird lustig. Okay. Gefahr gewandt. Hast du ihn? Ja. Alter. Ich sag doch, es wird lustig. Oh, ich hab anderthalb Herz. Oh, das Huhn hat schon wieder ein Ei gelegt. Alter, ich piss mir gleich hier in die Hose her. Na, na, na. Alter. Was werde ich denn jetzt noch? Achso, Holzfrau. Ach, ja, das war's jetzt an der Stelle mal wieder komplett. Ja. Ähm, 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 ähm. Achso, Glas wollte ich haben. Glas, hier, ich hab genügend Glas. Äh, wie färb ich denn das? Soll ich das Glas färben? Nö. Normales Glas? Ohne Färbung? Na, oder? Hier hat dieses weiß-gelbe Glas wieder. Nja, ja. Ist das weiß-gelb? Ja, das war weiß-gelb. Würde ich sagen. Ich gucke mal. Okay. Okay. Ähm. Gibt es davon... Ähm, Wiener, Kachsdorf, Kirche... Ah, lol. Hier gibt's ein Crafting-Rezept für eine Dorfkirche. Ah, ja. Ah, ja. Der Profi. Wir hatten... Ähm, genau. Weiß-gelbes Glas. Du hast recht. Aber nicht solches durchsichtige, sondern solches richtiges, weißes. So dünnes hatten die. Naja, solche dünnes, richtiges, weißes. Ähm... Und gelb. Oha, ne Bäre. Hier ist ne Bäre. Ne Bäre? Na, als so ne Leuchtbäre. Chlollololololololololololol. Lass sie, lass sie, lass sie, lass sie. finger weg ja ich lasse finger darf es aber nicht anpflanzen das jetzt nicht anpflanzen wir werden da gucken dass wir die irgendwie anders anbauen wir hören konnte man glasscheiben nicht mehr für heavy konnte muss das glas nehmen wie fährt man damit so so und ringsherum glas ach so es so es so ist ja da brauche ich ja nicht so viel dann so ist okay was das so jetzt komme ich die bärer man kann ja nur 16 schilder haben ja glaubt schon so wo ist die wäre oh mein gott das alter meine strategie hat das leben ja das verändert wirklich das leben meine strategie hat einfach wirklich geholfen alter ich bin krasser genius und das hat sich dann immer abgewechselt oder ich glaube so war das irgendwie okay ich brauche unbedingt mehr farbstoff 1 2 3 4 wie kann man gelben farbstoff noch mal gar nicht ach du kannst bloß mit dem blumen machen ja sonnenblumen davon haben wir auch hoffen ach so mit sonnenblumen auch noch okay zuerst hatte ich zwar kein plan wie man wie man wie ich die kirche baue aber jetzt mittlerweile habe ich planen wie ich die baue oh mein gott alter mojang ihr könnt mich gleich einstellen als kirchenbauer als als strukturen bauer alter weiß ich nicht ob ich dazu dazu geeignet wäre aber echt schließe ganz nahe aus weil es ist auch gleichmäßig oh mein gott alter das ist trotzdem verschieden ist aber trotzdem oh mein gott alter schwede ach ja die schweden oh mein gott wenn das nicht nice aussieht okay hier habe ich den baufehler aber es reicht genau oh mein gott wenn das nicht jetzt komm mal zur kirche jetzt sagst du mir wie das aussieht alter ich finde es ist eigentlich ganz nahe ganz nahe ganz nahe ich kann grad nicht da wird hier so der der altar gebaut ach sagt meine pg ist kaputt anjektor nicht ok den altar den baue ich mal doch noch mal lieber ab kannst ja dann video nachher sehen ob du den gut fandest dann brauche ich noch mal so hin oder nicht jetzt ist meine picke doch kaputt gegangen eine stunde sechs minuten die folge das ist sehr gut habe ich wieder schön viel zum karten also auch nice ich liebe es ein 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 Bis zum nächsten Mal. Jetzt komm mal zur Kirche. Warte nochmal. Nein, nix warten. Du kommst jetzt. Jetzt guckst du dir mal die Gläser an von der Kirche. Ich bin nicht mal da. Ja, dann komm. Komm, schneller. Ah, da bist du. Jetzt geh mal in die Kirche und sag mir, wie das aussieht. Oha. Sieht das krass geil aus. Ja. Findest du, das sieht nice aus? Aber wieso hast du hier das so getauscht immer? Also, dass es jetzt hier gelb ist und hier weiß. Äh, damit das, damit das strukturell, damit das sich immer abwechselt. Aber hier tut es sich nicht abwechseln. Doch. Im Gegensatz zu hier. Und, ja. Ach so. Im Gegensatz zu hier, das tut sich überall abwechseln. Nein, aber guck mal, hier oben ist gelb, hier oben ist gelb. Das meine ich so, mit abwechseln. Ja gut, hier ging es jetzt nicht anders. Okay, und? Altar? Aber ansonsten, ja stimmt, hier ist gelb, hier ist gelb, hier ist weiß, hier ist weiß, dann ist gelb. Ja gut, ging jetzt nicht anders. Aber findest du, das sieht nice aus, oder? Ja. Geil, danke. Ich habe was richtiges gemacht. Zeig mal den Altar, den du bauen wolltest. Ja gut, ich glaube, der Altar ist jetzt ein bisschen, wäre, so wie ich ihn vorhin gebaut habe, wäre der asymmetrisch, deswegen baue ich ihn jetzt kleiner. Okay. Aber so habe ich mir den gemacht, hier kommt dann der Altar hin und so. Warte, und hier vorne noch. Also, so kann man den dann bauen. Also. Okay. Okay? Müssen wir mal gucken. Ja, guck mal. So. Jetzt habe ich da eine Treppe von dir. Kannst du wieder haben. Oha, das sieht auch nice aus. Warte. Das hat auch was. Ja. Ja. So Gold dann hier drauf noch packen. Ja. So Gold. Und dann noch so. Jetzt brauchen wir für die Kirche so eine Glocke. Hm. Die bauen wir dann in den Turm, oder wie? Ja. In den Turm rein. Ach, lol. Okay. Nice. So. So. Soll das Dach auch aus Ziegelstein sein? Die sagen schon. Gibt's denn so für Farben? Na, nee. Das sieht dann eintönig aus. Hier hinten. Sieht irgendwie eintönig dann aus. Aus richtigen Ziegelstein. Aus richtigen Ziegelstein. Na, aus Ton. Also für... Ja, ich weiß schon. Das vielleicht. Ich weiß nicht, ob das in Verbindung damit nice aussieht. Hm. Machen wir in der nächsten Folge. Oder in der übernächsten Folge, würde ich eher sagen. So, Freunde. Ich würde sagen, da ist was für die Folge gewesen. Haut rein, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert die Glocke. Wir haben viel gemacht. Wir haben die Kirche gebaut. Beziehungsweise sogar fast vollständig gebaut. Und es sieht sehr nice aus. Also, ihr könnt ja mal schreiben, was in die Kommentare schreiben, wie ihr sie findet. Aber ich finde die actually ganz nice. Ähm. Genau. Ja. Ähm. Das war's für die Folge gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert. Aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Wie gesagt, schreibt rein in die Kommentare, wie es euch... äh, wie ihr die Kirche gefällt. Schreibt einen netten Kommentar. Aktiviert die Glocke. Abonniert den Kanal. Und lasst ein Like da. Haut rein, Leute. Bis zur nächsten Folge. Und... Tschau. Tschüss. 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 Tschüss.